Guten Tag, meine Damen! Hallihallo und ein herzliches Willkommen hier aus Felden am Mörthersee in Kärnten. Dieses Jahr ist es 30 Jahre her, seit Reubleck gestorben ist. Und wir dachten, das wäre eine tolle Gelegenheit, all seine Lieder aus seinen Filmen in einem musikalischen Rückblick zu verpacken. Ja, fangen wir doch einfach mit dem ersten Film an. Immer Ärger mit dem Baukern. Sein Lied, Du bist da. Und der nächste, unser Doktor ist der Beste. Ich bin so gern bei Dir. Ich bin so gern bei Dir. Und Dein schönstes Geschenk. Also anschnallen, Füße auf die Couch, auch das dürfen Sie bei uns. Sind die Stunden, wenn niemand an dich denkt, Dein schönstes Geschenk. Ich bin so bald! Ich bin so bald. Ich bin so bald. Untertitelung des ZDF, 2020